Karim Benzema, meine lieben Freunde, ist aktuell für mich der beste Stürmer der Welt. Und eine Sache ist ja wirklich interessant, dass immer wieder die Torhüter gegen ihn patzen. Ich meine, wir alle erinnern uns noch an das legendäre Finale gegen Liverpool, wo Karius gegen ihn patzte, den Ball ihn an den Fuß warf oder beziehungsweise direkt dazwischen ging und der Ball ins Tor reinkullerte. Ja, damals hat Benzema das schon gemacht. Dann auch gegen Ulreich zum Beispiel von den Bayern, auch der Keeper hat er gepatzt. Dann Donnarumma auch hat gegen ihn gepatzt. Real Madrid macht er darauf ein Tor und jetzt schon wieder auch Mondi. Und ich finde es wirklich interessant, also anscheinend hat er so eine Antizipation und die Torhüter sind von ihm auch so ein bisschen eingeschüchtert. Vielleicht wissen sie es schon, vielleicht kennen sie diese Szene, weil es ja wirklich interessant, was für Weltklasse-Torhüter immer wieder, also jetzt außer Karius, ohne Bösen zu wollen, ist keine Weltklasse-Torhüter, aber Donnarumma ist schon krass Europameister, auch Mondi bei Chelsea ist krass, muss man ehrlicherweise sagen, gut Ulreich ist vielleicht auch kein Weltklasse-Torhüter, aber gute Torhüter zumindest machen immer wieder Fehler gegen ihn. Und das ist wirklich interessant. Anscheinend hat er eine Antizipation und auch eine gewisse Ausstrahlung, sowas zu erkennen und die Leute zu verunsichern. Das ist ja auch wirklich so. Ich meine, wir alle kennen es im Fußball selber, wenn wir spielen, und man spielt gegen einen Gegner, der einen gewissen Ruf hat, dass er krass ist, der hat so eine gewisse Aura und der ist mal eher eingeschüchtert, macht eher Fehler. Vielleicht ist das wirklich so eine Geschichte bei Benzema, weil die Torhüter diese Szene kennen. Ich weiß es nicht. Oder ist alles nur Zufall, Freunde? Eure Meinung, die Kommentare, definitiv aber aktuell der beste Stürmer der Welt. Eure Meinung dazu, die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.